Was geht, Leute? Wir sind hier in Karlsruhe und hinter mir ist so ein Gebäudengedöns und da drin ist eine Convention. Die Tattoo-Convention. Die 22. Und ich hab gleich einen Termin und da werde ich mich jetzt hinbegeben. So, ich sitze hier jetzt bereit. Die Vorlage wird gerade gezeichnet und dann geht es gleich los. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab meine Kamerafrau Levi auch noch überzeugen können, sich auch noch was stechen zu lassen. Ja, man sieht, es macht ihr sehr Spaß. Mein Resümee vom Tag. Also es hat echt Spaß gemacht. War eine coole Messe. War ein bisschen kleiner, als ich erwartet hatte. Ich hätte gedacht, die wäre größer. Aber es kann sein, dass ich nochmal auf der Messe in Frankfurt bin. Und ich denke mal, die wird dann wahrscheinlich ein Stückchen großer sein. Ja, es ist auch mal was komplett anderes, sich auf einer Messe tätowieren zu lassen, als jetzt so ganz normal im Studio. Ich hab's jetzt hier schön eingepackt. Wir haben's inzwischen einen Tag später. Also es war gestern, als ich da war. Und ich bedanke mich herzlich nochmal bei Levi fürs Kameraführen. Ne? Und ansonsten wisst ihr, wie's läuft, Leute. Ich hab's wissen, was ein Abo ist. Haut rein!